ja moin leute und herzlich willkommen zu gym simulator es ist jetzt mittlerweile februar und ich glaube es ist mittlerweile mal an der zeit war sich so ein bisschen auf den sommer vorzubereiten deswegen dachte ich kurzerhand es ist zeit dass wir uns hier mal jetzt so ein schönes gym aufbauen in dem wir natürlich selbst trainieren können und natürlich logischerweise auch alle möglichen neuen hunden etc pp und ich hoffe natürlich dass alle taten kräftig bock haben hier richtig gas zu geben so wir müssen jetzt als allererstes mal das fitnessstudio kaufen das kostet uns 5000 dollar wir sehen oben rechts wir haben aktuell 30.000 wenn ich das so richtig sehe und wir sind level 1 und das fitnessstudio ist auch ein bisschen schmutzig also erst mal kaufen wir das gute ding und dann nehmen wir erstmal einen namen und da würde ich sagen nenne ich das gute ding einmal gym fit klingt doch ganz gut ich glaube das passt kann man so lassen mal schön groß hier das gute gym fit wir machen mal die farbe ganz kurz mal hier so ein bisschen ja ich würde sagen ja wir machen sie einfach erst mal so falls euch eine bessere farbe einfällt gar kein problem und dann machen wir natürlich auch noch ein logo dazu hier äh ich würde sagen ja hier den bullen sehr geil können wir das noch ein bisschen größer machen oh leute das ist natürlich hier absolut mega wunderbar das hätten wir ich glaube dann machen wir das einmal anwenden wunderbar und dann müssen wir erstmal die Papiere auf den gläsern beseitigen was die Papiere auf den gläsern beseitigen ach so hier ja dann erst mal hier das ganze papier da weg weg mit dem ganzen klumbert ich meine auf der einen seite ist das vielleicht jetzt auch ein bisschen blöd weil dann sieht man den ganzen müll der hier erstmal so rumliegt ne ähm wo müssen wir den müll denn überhaupt hinpacken ach hier wunderbar dann schmeißen wir alles da erstmal rein damit wir hier natürlich auch unseren laden dann relativ schnell eröffnen können Freunde und ich muss sagen ich habe da mal Bock drauf ne ich will mal gucken ob ich das hier so gedeichselt bekomme hier so ein Gym zu leiten und wenn ihr natürlich jetzt schon mal logischerweise vorab falls ihr natürlich Infos habt falls ihr Tipps habt oder sonstiges schreibt sie mir natürlich super gerne in die Kommentare bin ich immer für zu haben und ja finde ich mega geil deswegen ähm wäre auf jeden Fall super das weitere natürlich ist das Spiel wieder mal in meiner Videobeschreibung verlinkt das heißt ihr könnt euch das einmal holen äh über Steam ich glaube kostet ein Zehner also ist überhaupt nichts wildet alles tippitoppi okay so das darin und dann ja wie sieht das aus aha jetzt sollen wir erstmal mit Tab drücken und dann können wir erstmal den Wischmob hier nehmen ja dann würde ich sagen ab geht die Fahrt erstmal hier den ganzen Dreck da weg ah das hier ja da hat hier wieder einer die Schuhnetze dabei gemacht Leute ja was ich natürlich irgendwie ein bisschen krass finde jedes Spiel ne das fängt irgendwie so an wir müssen erstmal hier so alles wegräumen und erstmal den ganzen Müll beseitigen und natürlich ein bisschen kehren ne ist natürlich sehr interessant okay dann sollen wir jetzt einmal den Computer benutzen das machen wir natürlich und dann heißt es kaufe mindestens zwei Ausrüstungen okay das heißt wir müssen wahrscheinlich ah nee das ist äh so können wir nochmal die Vorderseite etc. pp umgestalten ähm wir sollen zwei ah ist das hier im Shop okay ja ich würde sagen dann äh machen wir doch erstmal dieses Tutorial Ding das geht mir hier ein bisschen auf den Keks ne ähm natürlich holen wir uns erstmal eine Handelbank und dann holen wir uns noch hier so ein schönes Ding also immer so ein bisschen Multifunktion so ein kleiner Turm wo man hier ein bisschen Lat ziehen und sowas dran machen kann immer ganz gut so vier Umkleidekabinen sollen wir kaufen Umkleideraum äh umkleiden eins zwei drei vier dann sollen wir äh zwei Mülleimer kaufen wo finden wir die dann ah hier ich glaube hier ja eins zwei wunderbar dann würde ich sagen gehen wir erstmal raus und platzieren das Ganze ähm ah das ist ja gut wir können das hier einmal so drehen wunderbar ähm ich würde sagen es ist ja immer so das darf man ja nicht hier ganz dran stellen das macht ja keinen Sinn ne das muss man ja schon ein bisschen ein bisschen nach vorne setzen damit da auch noch jemand hinten dran kommen kann zum spotten ist ja klar so dann haben wir noch hier einmal den Lat-Zugturm den können wir tatsächlich sogar an die Wand setzen wobei ganz ehrlich Leute ich hab so für mich die Entscheidung getroffen oder den den Gedanken getroffen wir setzen das so ein bisschen mehr in die Mitte weil dann können wir da direkt noch einen vorne dran stellen so dann sollen wir zwei Umkleidekabinen für die Männer hier einmal platzieren das ist ja gar kein Problem das machen wir jetzt hier mal fixi foxy ähm wartet mal lasst mich mal überlegen wie wir das hier gut platzieren ich würde sagen wir platzieren die mal Moment wir kommen rein ich würde sagen hier machen wir so falls es das gibt Spinde hin dann platzieren wir die erstmal hier so gucken dass wir das hier so kann man das hier so ein bisschen rastern geht das ah ne geht tatsächlich natürlich nicht bisschen schade ähm gucken dass wir das so schön nah wie möglich hier dran setzen wunderbar und dann noch die Numero 2 so wunderbar und dann müssen wir noch zwei würde ich sagen hier platzieren wahrscheinlich ähm ja wir machen wir erstmal hier bei den Damen das ganze hin bevor wir dann den Mülleimer nach drüben hin machen muss ja alles hier so ein bisschen Sinn und Verstand sein zack und den dann noch hier dran so dann brauchen wir noch den Mülleimer den setzen wir mal hier schön wenn man rauskommt ne kann man hier seinen Müll schön abladen das passt und einmal hier so da haben wir das alles erledigt prima dann warten wir auf die ersten Mitglieder geh zum Computer und öffne das Mitglieder äh registrierungsmenü öffne deinen ersten äh registriere deinen ersten Mitglied ok ja dann kommen sie mal rein hier Freunde kommen sie mal rein ihr habt ihr neues Fittenstudio aufgemacht ich bin fit das Ding wird rennen ist das hier eigentlich Schnee ist hier Schnee noch am Start oha oha na gut ok Computer benutzen der gute der gute Roman Wagner da was hat er denn hier ist mein Ausweis wunderbar was will er haben der gute Roman ähm muss ich den nehmen ne ne äh Name Roman Wagner wähle Mitgliedschaftsklasse ja was möchten sie denn für eine Mitgliedschaft haben kann ich das irgendwo ersehen steht das irgendwo äh ich seh's grad ah aber ich hier ja hier steht jetzt Freunde Standard Standard Zahlung oh Leute das gibt 800 und pro Tag nochmal 200 alter Vater ey das ist ja der Hammer also da werde ich aber glaube ich ganz schnell reich wenn ich das mir mal so überlege ne also aha was Deodorant oh da können wir hier mal ein bisschen sprühen Freunde ne wenn's hier so ein bisschen stinkt von euch schwitzi haben wir hier mal ein bisschen Deo man muss auch mal sein ne dass sie hier nicht so rumstinken das wär ja nix hier Katastrophe so Leute kommen hier noch ein paar neue Sachen oder was ist hier los auf geht's kommen sie rein ja komm du kannst auch ein bisschen trainieren hat aber keinen Bock hallo trainieren mein Freund kommen sie mal rüber hier müssen wir hier direkt Straßenakquise betreiben oder was ei 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 okay wie sieht das aus mein Freund oh mein lieber Freund die Ausführung geht aber gar nicht äh das Seil ist auch gar nicht so ganz gespannt hier sie müssen das mehr Richtung Latt ziehen ne also sie sollten das vielleicht auch mal richtig festhalten das ist ja nicht mal ein Affengriff den sie hier machen oha ohä und jetzt Bankdrücken Freunde okay ja das sieht das sieht auf jeden Fall besser aus mein Lieber die Ellenbogen ruhig ein bisschen mehr nach vorne dass wir hier 45 Grad Winkel haben und dann schön immer rausdrücken ne also und schöne Hohlkreuz ja die super gut die Füße stehen ganz gut kann man ein bisschen mehr Druck auf die Fersen geben dann passt das ja kann ich ihnen nur so empfehlen ey wat hast du das haben sie das jetzt schon kaputt gemacht hier alter das gibt es ja gar nicht hier was ein Zores ja auch aufräumen mein Lieber ne das geht hier so nicht okay Leute ich würde sagen egal wie es ist wir wir machen hier natürlich weiter ne wir wir gehen mal direkt hier noch eine Runde kaufen ähm hallo moin ach noch ein neuer ja klar hier ab geht's Standard gar kein Problem mein Lieber gar kein Thema äh ich wollte jetzt aber eigentlich hier mal noch das hier holen und hier gibt es sogar Premium Zeug Freunde Premium aha aha ich schick da holen wir hier noch so ein schönes Laufband was zum Laufband was ist denn da hab ich keine Kohle mehr oder was wie jetzt kann ja nicht sein oder hier so eine Bank Bankinventar hinzugefügt zwei Stück ähm vielleicht noch so ein paar Spinde eins zwei drei vier Stück vielleicht gar nicht so schlecht oh Leute hier können wir Fernseher und alles holen hier so ein paar Sprüche ist auch immer ganz nett glaube ich wir können den Boden noch verändern sehr cool und natürlich auch die Farben innen drin und hier was ein Poolstuhl eine Klimaanlage ein Verkaufsautomat Leute insane absolut insane finde ich mega geil äh hier stimmt was nicht die ist ein bisschen in der Luft das ist nicht so ganz richtig hier naja kann man jetzt erstmal nicht ändern ich würde sagen hier machen wir mal so ein bisschen hier die kleine Muckibude die Muckiecke hin so für die Freihanteltrainierer ist ja auch mal ganz wichtig die brauchen ja auch ihren Platz so das passt und dann holen wir hier noch so ein Laufband das stellen wir natürlich hier schön vors Fenster dass die Leute dann auch ein bisschen raus gucken können ist ja klar Standard boah das steht aber auch schon direkt auf einer krassen Steigung und das Ding ist so dreckig Hallöchen Gemäue die möchte die niedrige Klasse ist auch okay ist okay ist kein Problem nehmen sie ruhig nehmen sie ruhig äh den Schweiß aufwischen brauche ich dafür den Mob ja wunderbar haben wir aber hier direkt paar Bizeps Curls macht der das hier richtig ähm guter Mann ist es besser das immer gleichzeitig zu machen oder nur immer einen Arm sonst ist die Pause zu lang kann ich ihnen nur empfehlen so was haben wir noch Umkleideräume natürlich die Bänke ähm Bänke machen wir hier schön in die Mitte so einmal nach oben machen wir erstmal hier eine hin wir können die ja dann immer nochmal umplatzieren hier eine hin oh ba la und natürlich auch dann hier eine hin so dann können sie sich weissens schon mal hinhocken ne ist ja auch schon mal was so dann machen wir noch hier ein paar Spinde hin äh ist das hier richtig oder was ah ja hier ist Frauen 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 super ähm oder wisst ihr was wir machen die wir machen die Spinde mal hier hin und die Duschen machen wir dann da oben hin ja ich glaube das ist ganz gut so hier ein Spind und noch so ein Spind wunderbar dann können die da um nächstes mal ihre Wertsachen ablegen ist ja auch ganz wichtig ne wäre ja sonst blöd Leute wollen ja nicht ihre Wertsachen da rumliegen lassen irgendwas zum Abschließen ist ja dann auch ganz gut so wie sieht es aus läuft hier alles wunderbar Freunde das ist ja hier schon direkt das rennt ja das rennt ja Standard alles klar mein Lieber komm rein gibst du Gummi gibst du Gummi hier aber Leute Schuhe abputzen draußen Schuhe abputzen also die sind aber das ist hier aber auch wieder ein Zores hier ein Zores noch eine neue hallo kommen sie achso die ist schon hier ist eine neue die sich anmeldet ja Moment ich mach hier ganz kurz mal den Dreck noch weg junge Frau ok junge Frau hallo das ist die Amelia Watson und die möchte auch Standard haben ja cool ja dann herzlich willkommen und viel Spaß hier ich glaube Leute wir müssen hier gleich wir müssen hier direkt in die Vollen wir müssen kaufen wir müssen kaufen was kann man hier bei Werbepartner machen aber da können wir hier eine Anzeige starten eine Anzeige schalten auch nice aber wir gehen lieber mal noch in den Shop und holen uns mal noch ein bisschen was damit die hier auch ein bisschen mehr trainieren können vielleicht hier noch so eine Handel dann gibt es natürlich auch die die lieber gerne so ein bisschen Yoga machen wo man auch so zwei Yoga machen und auch hier das Ding hier so ein Fahrrad und ja ich würde sagen das platzieren wir mal auch hier fix ne hier da hinten noch so eine schöne schöne Hantel so ein Hantelständer hin perfekt das können die hier richtig sich auspowern Freunde so dann haben wir noch ein Ergometer mhm das ist ja auch ein Fahrrad ne das Fahrrad dann machen wir mal hier hinten dran ich kenne das so die stellen das immer hier so hinten dran damit die auf dem Fahrrad ja ich sag nix ist manchmal so die sind die ein bisschen komisch die manche so der ein oder andere äh das ist natürlich nix hier machen wir hier noch eine Yogamatte hin und da noch eine Yogamatte hin dann können die hier ein bisschen Yoga machen so dann hängen wir mal das mal ganz kurz schnell hier wieder hoch dann ist das aufgeräumt oh das sieht aber nicht gut aus ich glaub das müssen wir bald reparieren Freunde geht das auch schnell wieder zurück und dann begrüßen wir erstmal hier unsere neuen Kunden wo war das los mit der die ist böse ei 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 okay der Frank Williams möchte einmal Standard na gerne doch und sie sind der Raphael Hunt und der möchte eine niedrige Klasse ah ja aha 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 dann kam sie aber nicht hier so viel Freiheiten gell ich sag es ihnen gleich ich sag es ihnen gleich so hier ist wieder Dreck Leute ach du lieber Gott die können sich nicht die Füße abputzen das kann doch nicht wahr sein das kann doch nicht wahr sein so ich habe jetzt aber noch haben wir noch Geld Leute wir haben ja noch Geld wir haben ja noch Geld deswegen holen wir gleich noch so einen Turm und noch eine Hantelbank und da kommt das Rudergerät nimm mal auch noch mit und dann ist das hier ah Hallöchen was haben wir hier wir haben wir die Marble Wilkins die möchte auch eine niedrige Klasse alles Klärchen ab geht's Attacke ah oh hier ist hier ist wieder der Schweißer unterwegs geht natürlich nicht hier so rumschweißen Freunde so rumschweißen so dann machen wir noch hier eine Bank hin bisschen Platz muss man natürlich lassen so wunderbar ja gibt euch Freunde gibt euch immer Vollgas immer Vollgas so die stellen wir dann nämlich hier so vorne dran ja ja Leute so sehe ich das so sehe ich das Hammer gefällt mir gefällt mir sehr sehr gut ähm das Rudergerät ja das packen wir dann mal hier hinten dran andere Möglichkeit sehe ich jetzt hier erstmal nicht dann ist hier so ein bisschen das und hier so ein bisschen das und dann können die sich hier richtig auspauen zwei neue Kunden zwei Frauen ja Gemäue Hallöchen niedrige Klasse die Amanda Hopkins kein Problem willkommen viel Spaß Abfahrt und hier einmal Standard für die Viktoria Schulz alles Klärchen Wunderbärchen die machen hier einen Dreck Leute das gibt es gar nicht das gibt es gar nicht was hier eigentlich mit der Musik Leute ich glaube wir brauchen Musik hier ne das ist hier alles ein bisschen ein bisschen äh ein bisschen low hier aber hier ist auch ach du lieber Gott was ist denn hier passiert oh die ist kaputt können wir die einfach so reparieren äh ne achso Moment das da muss ich dafür Reparatursachen ne Moment warte mal warte mal hier Reparaturwerkzeug war ja komplett lost sorry so das ist wieder Jans wie sieht das aus hier aha aha alles top alles top alles top kein neuer Kunde das Ding funktioniert wieder stark bisschen hier aufräumen noch wie sieht das hier aus ich glaube das könnten wir eigentlich mal ne das können wir noch nicht doch das können wir mal reparieren so wunderbar hier reparieren wir auch mal schnell und räumen natürlich hier den ihren Klumbatsch mal wieder weg ach Leute das ist hier wieder absolut gar nix hier absolut gar nix so die wollte ach die wollte auch gerade hier eine Runde laufen gehen das heißt wenn die noch eine Runde laufen gehen wollte oh der stinkt Leute der stinkt Entschuldigung der stinkt nochmal hier ein bisschen hier ne bisschen Deo hier mal lieber ja komm hier ein bisschen auf kriegst du ein bisschen so sie auch ein bisschen rum Deo visieren halt mal auf hier rumzustinken hier die Leute beschweren sich nachher kann doch nicht wahr sein hier Leute der macht hier einen richtigen stinker hier Deodorant benutzen ja wunderbar ach herrlich so viel besser ist das hier direkt schon mal wieder ausgeglichen ne so hier schnell mal noch eine Runde reparieren das ist hier das ist hier ja richtig action also ich habe mir das hier ein bisschen einfacher vorgestellt das ist hier ja voll action kommen wir hier fast gar nicht mehr hinterher oh Leute und wir sind Level 3 neue Artikel freigeschaltet neue Ausrüstungen freigeschaltet neue Artikel freigeschaltet neue Dekorationsartikel freigeschaltet und neuer Ort freigeschaltet die Vitamin Bar eine Vitamin Bar aha dann weg damit weg damit weg damit weg damit ab ich will hier durch weg mir den klubbert hier was ist das raus hier aus meinem Laden stopp ihr spinnt alter habt ihr es gesehen einfach die Ratten hier am Start das kann ja gar nicht sein unbelievable Leute so dann müssen wir erstmal hier den ganzen Müll wieder wegräumen ah das ist ja hier wieder ach ich weiß gar nicht oh Moment das hängen wir mal ganz kurz hier wieder ruf falls natürlich neue Gäste kommen ne das geht ja nicht so ist hier alles repariert ja das ist gut das ist gut das ist noch gut oh das können wir mal ganz kurz nach reparieren hier auch oh das Ding ist aber schon gut abgenutzt oh das auch Leute ach du lieber Gott jetzt sagt nicht dass die Yogamatten auch abnutzen aber jetzt hätte ich aber gedacht ja so finde ich Studiotüren schließen machen wir mal die Dötze hier es ist nicht so kalt hier drin also das war jetzt dumm ich muss ja eigentlich wieder raus ich muss ja wieder raus hör auf ich muss erstmal den Müll hier rausbringen Freunde erstmal den Müll rausbringen und eigentlich wenn wir uns mal so überlegen wir haben für den ersten Tag hier Freunde wir haben ungefähr überhaupt gar keinen Minus gemacht also ich glaube es läuft mit den neuen Kunden hier neue Kunden bekommen die kommen ja alle schön zum trainieren easy going und ich glaube für den ersten Tag kann sich der Laden schon mal relativ gut sehen lassen also finde ich schon sehr nice gehen wir nochmal gucken ob hier alles soweit sauber ist ach du lieber Gott was ist denn hier passiert ach du lieber Gott wir haben hier die Hälfte ihrer Klamotten einfach vergessen sind die nackt rausgegangen oder was ist hier passiert Leute was ist das denn ey was ist das denn was machen die denn mit ihrem Zeug die sollen das doch mit nach Hause nehmen über all die Klamotten hier ach unglaublich ok mal gucken äh was können wir dann eigentlich können wir noch irgendwas upgraden Vitaminbar kaufen 3000 machen wir whatever machen wir natürlich ne Maschine füllen äh gehen sie zum Markt und kaufen sie Hühnchen mit Reis wieso ich will kein Hühnchen mit Reis kaufen ich möchte hier Hühnchen mit Reis kochen nö oh ja Gott noch eine Mikrowelle oh oh ich glaube jetzt habe ich mir was angelacht Leute ich glaube ich habe mir hier was angelacht das ich nicht will das ich nicht will ok wir brauchen Wasser und Proteinpulver dafür ok wo kriegen wir das denn jetzt her äh weil hier ja natürlich mal nicht ne Farben ist klar das ist der Boden und Dekoration oh wir können jetzt ein bisschen hier ein bisschen Mucke machen wir mal hier so zwei Fernseher hin und vielleicht noch zwei Boxen und so ein bisschen hier wusch dies das Ananas haben wir hier noch ein bisschen was ja hier stop thinking start doing Kleideraum haben wir die Duschkabine ne die S Level 4 dann holen wir mal hier noch so zwei Bänke und bei der Ausrüstung holen wir auf jeden Fall mal hier noch so ein Ding also so ein Laufband oh wir können jetzt sogar wir können jetzt die bessere Handel bauen ah das ist ja hä muss ich dann die anderen wieder verkaufen oder wie läuft das jetzt oh Leute hier gibt es ja richtig krasses Zeug jetzt ey insane absolut insane Freunde ja ok geil das war natürlich jetzt ein bisschen blöd dass ich das jetzt gekauft habe wenn ich jetzt ja hier schon das bessere kaufen kann jetzt ist die Frage kann ich das auch wieder verkaufen oder wie läuft das muss ich das erst stellen Moment wenn ich das zum Inventar hinzufüge ähm kann ich das nicht verkaufen aber ich muss es doch Moment wie ist das wenn ich das jetzt in den Mülleimer bringe ist das dann weg ne aber ich muss mal gleich gucken Freunde wie ich das dann verkaufen kann ja ist jetzt egal ich stelle das jetzt erstmal hin für den nächsten Tag dann können die hier noch eine Runde laufen gehen am Fenster direkt neben meinem Arbeitsplatz super da hatte ich noch irgendwas gekauft ah ja genau die Bänke die Bänke hier lagen bitte so dann machen wir hier noch so eine Banken noch eine hier rüber zack ja das ist doch schon mal nice guck doch mal das ist doch hier zwei Umkleiden zwei Bänke zwei Schränke eine Vitaminbar und ja glaube ich schon mal ein relativ guter Anfang Freunde hier für unser neues Gym oder für mein neues Gym für das gute Gym Fit Gym okay Freunde dann würde ich sagen in der nächsten Folge gehen wir dann erstmal zum Markt und kaufen eine Runde Hühnchen mit Reis und füllen dann unseren Kühlschrank und kochen dann auch ein bisschen Hühnchen mit Reis und derweil gucke ich dann auch mal wie ich denn überhaupt Proteinpulver und hier wie ich da hier Wasser her bekomme ähm ja falls ihr natürlich schon den einen oder anderen Tipp habt gerne natürlich in den Kommentar reinhauen gar kein Problem würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen ansonsten wenn es euch natürlich wieder gefallen hat lasst mir sehr gerne ein Däumchen da vergesst nicht das kostenlose Abo aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier beim Gym Fit beziehungsweise beim Gym Simulator und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag passt auf euch auf bleibt gesund und bis zum nächsten Mal macht's gut ciao kakao bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020